Hallo Papa, ich bin's. Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden's Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. Fröhliche Weihnachten, Opa. Du hast immer auf meinem Geist, und ich vermisse dich. Zu Hause war es nur ein paar Wälder, die ich weiß. Aber die Wahrheit ist, dass Hause nichts ohne dich. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Papa. 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 Untertitelung des ZDF, 2020